So, hallo zusammen. Heute wieder von der Schweiß und Schneiden. Heute ist Tag 4 für mich. Ich habe gerade einen André getroffen. Ich habe ihn schon länger gekannt, mich persönlich. Und der André hat auch einen YouTube-Kanal. Viele werden jetzt sein Gesicht nicht so erkennen, weil er zeigt sich auch relativ selten, so wie ich. Wie viele Abos hast du? Bei YouTube habe ich 380.000, glaube ich. Und der Kanal heißt? Create heißt der Kanal. Also viele kennen auch Create Custom Designs. Das ist mein Instagram-Kanal. Genau, Instagram-Kanal. Und die Projekte sind von ihm natürlich auch sehr, sehr spannend. Viel mit Holz, aber auch sehr viel mit Metall. Und wie gesagt, ihr habt dich jetzt gerade getroffen hier auf der Messe. Das ist natürlich schon interessant so. Und jetzt kannst du vielleicht mal ein bisschen deine Eindrücke erzählen, was du von der Messe hältst oder wie du sie findest? Ich habe ja noch nicht so viel gesehen. Mein erster Tag und ich bin hier einmal nur durchgegangen. Bis direkt hier zum EWM-Stand, weil ich da auch ein bisschen knapp war wieder. Und ja, ich habe gleich viel gesehen, so Automation und so. Rechts und links neben mir, Laser und alles mögliche. Also krass, was so mittlerweile so alles Automation und Robotik und so. Das ist so krass geworden. Also ich gehe ja unglaublich gerne so auf Messen, allein nur um Ideen zu finden. Ja, genau. Da gibt es immer, man hat immer die Probleme und da hat man dann irgendwie vor drei Jahren irgendwo mal was auf der Messe gesehen und dann, weißt du, da hat es sich schon wieder gelohnt. Genau. So ist das, ne? Und hier ist ja lustig, weil du bist ja quasi mit EWM hier oder von EWM hier. Genau. Ihr habt ja diesen Creator Day. Macht ihr dann auch noch ein bisschen was? Ja, wir sind hier eingeladen worden. Die haben uns sich, die ganzen Creator haben sich vorgestellt und hier ist so ein bisschen Schweißvorführung. Ja, genau. Die haben uns hier so in die ganzen neuen Projekte von EWM eingeführt. Und auch da wieder total viel Automation, Robotik. Das ist brutal, was geht, ne? Das ist krass. Aber gar nicht so viel Laserschweißen und so. Also die herkömmlichen Schweißverfahren. Aber es ist wirklich spannend. Sehr super. Gut. Dann will ich dich gar nicht weiter stören. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen was. Bis morgen auch noch da, ne? Letzter Tag. Wochen bin ich auch noch da, genau. Genau, dann sehen wir uns ja vielleicht nochmal kurz. Und dann würde ich mich gerade hiermit vom Video verabschieden. Ja. Und dann sehen wir uns. Hat mich gefreut. Ja, im Nächsten. Ciao. Ciao.